Brigade-General Dr. Freudig meinte in einem kurzen Beitrag, dass der Krieg bis 2032 durchfinanziert ist. Bedeutet es, dass der Westen sich auch auf einen langen Krieg vorbereitet? Ich habe den Beitrag gesehen, aber die Zahl habe ich dann irgendwie überhört oder so. Ja, offensichtlich und wobei mir noch ein Stück weit die Belege dafür fehlen, aber dass der Krieg nicht in... Wer ernsthaft geglaubt hat, der Krieg sei nach der ukrainischen Gegenoffensive vorbei, war ein sehr großer Optimist. Sagen wir es mal so. Wenn die Ukraine in vier Tagen zum Assovschien Meer durchgebrochen wäre, dann vielleicht. Aber inzwischen sollte klar sein, dass der Krieg noch Jahre dauern wird. Denn die Verluste sind auch nicht groß genug, dass eine der beiden Nationen zeitnah zusammenklappen wird. Ich habe gerade, ich glaube Binkhoff war es, der ein gutes Video darüber gemacht hat, wo er die Zahlen, die demografischen Zahlen sich angeschaut hat. Und der sagt, auch die Ukraine wird, obwohl sie viel kleiner ist, wird bei den aktuellen Verlustzahlen jahrelang den Krieg weiterführen können. Fragt immer abhängig natürlich davon, ob die Regierung unter dem Druck der Verluste kollabiert. Aber für die Ukraine ist ein Verlust viel schmerzhafter als für die Russen, weil die Ukrainer weniger als ein Drittel der Bevölkerung haben. Aber selbst für die Ukraine sind die zwar geringeren, aber immer noch hohen Verluste kein fundamentales Problem, um den Personalbedarf zu decken. Und daher, wenn also keine schnelle Entscheidung auf dem Schlachtfeld zu erwarten ist, eine politische Lösung nicht zu erwarten ist, und aktuell auch nicht möglich ist, dann dauert der Krieg lange, zwangsläufig. Und das als Realität anzuerkennen und entsprechend in die Zukunft zu denken, ist das einzig Wahre. Und ich habe es in diesem Fall, ich denke, ich habe den Beitrag gesehen, den Sie meinen, aber das muss mir dann irgendwie, habe ich vielleicht nicht aufmerksam genug zugehört, keine Ahnung. Aber das wäre zumindest die richtige Entscheidung, den langfristig vorzubereiten. Denn, wie gesagt, die Ukraine, selbst wenn die Ukraine den Krieg gewinnt, muss sie anschließend gegen ein rachsüchtiges Russland, das vielleicht zehn Jahre später einen neuen Waffengang probiert, immer noch vorbereitet sein. Das heißt, selbst wenn sie jetzt keine tausend weiteren Kampfpanzer braucht, jetzt, um den Krieg zu gewinnen, und ich würde eher sagen, sie braucht sie als nicht. Aber selbst wenn sie es nicht braucht, wird sie in der Zukunft Kampfpanzer brauchen. Also jetzt eine Bestellung aufzugeben, als ob der Krieg bis 2028 weitergeht, selbst wenn er nächstes Jahr vorbei ist, ist nicht die dümmste Entscheidung. Denn das ukrainische Militär muss anschließend konform ausgestattet werden. Die werden die Hälfte ihres Materials mittelfristig abgeben, weil sie keine 40 verschiedenen Artilleriegeschütze haben wollen. Sondern im Idealfall hat man nicht mehr als 3, 4, 5. Das heißt, sie müssen massiv anschließend sich auch mit neuem Material eindecken, selbst nach einem Sieg. Also entsprechend finanziell wie materiell sich auf einen langen Krieg vorzubereiten, ist keine falsche Entscheidung, zumindest nach meiner bescheidenen Einschätzung nach. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Und dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal.